Jo, ihr lieben Heut, ihr lieben Leut, heute geht es mal weiter bei Skyblock und ich habe einen anderen Texturen-Bug drauf, ich will euch mal zeigen welcher das ist, Moment und zwar ist das der hier, 1,7 R3D-Craft dr und so weiter und so fort. Jo, ist auch ganz schick, ne? Na komm, hallo. Na, Wurzeln wären heute noch? Oh ne. Oh, es geht weiter, Wahnsinn, es geht weiter. So, okay, ich kann euch noch die genaue Beschreibung reinschreiben in den Link, wie da Dexturen-Bug hieß. Ich habe ja auch Steine schon mal organisiert und zwar, also ich finde den Dexturen-Bug eigentlich auch ganz schön, muss ich sagen, da kann man nicht meckern, ne, oder? Muss ich das jetzt hier schneiden oder was? So, wir hatten ja hinten das Teil schon fertig gehabt, genau, hier machen wir zu. Ähm, wir wollten, ja, hier, ähm, ein bisschen Sicherheit hinbauen. Warte mal, da haben wir dann da hinten... Ah, das ist ein aufgehört, oder? Wie war das? Wo kommst du denn her? Mensch, jetzt geh doch mal drauf hier. Ja, so, ein Pfeil... Ah, so, pass auf. Hier haben wir eigentlich... Warte mal, ich guck mal. Ich guck hier mal ums Eck rum. Achso, ja, wir haben hier noch nicht fertig. Ähm, aber es wird jetzt eh dunkel, oder was? Oder wie? Okay. Wird es denn dunkel? Wird es denn dunkel? Nein, es wird dann doch dunkel. Da müssen wir doch wieder zurückgehen. Ach, muss denn das jetzt hier schneiden, ey, Leute? Wir haben Sommer. Mann, 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 Mann. So, ich habe gedacht, ich mache mal wieder Skyblock, dass sich keiner aufregt, dass nichts mehr von Minecraft kommt. Und, ähm, da habe ich einfach jetzt mal gedacht, ich mache jetzt mal Skyblock. Na, wenigstens ist es schon mal Skyblock. So, ich weiß jetzt nicht, wird es hell oder dunkel? Ja, wenn habe ich Späsch. So, gehen wir runter jetzt hier. Ich mache das jetzt da hinten weiter. Oh, ich habe ja gar nichts zu essen mehr in der Tasche, ey. Ich hoffe, dass diese Melone auch mal ein bisschen wächst da hinten. Ich hoffe, dass es hier keine andere Insel mehr gibt, gell? So, dass ich wenigstens nicht gleich runterfalle, wenn ich schon hier lang stolzieren muss. Dann kann man bei Gelegenheit hier hinten weiterbasteln. Zack, durchgerannt. Alter, macht das Ding einen Krach, ey. So, da haben wir eigentlich hier das schon schön fertig, ne? Und hier wollten wir, hier wollten wir was bauen? Wir wollten hier weiterbauen, ne? Also hier so ein bisschen mehr Sicherheit reinbringen ins Gemüt. Ach, genau. Und dann wollten wir das erweitern da draußen, dass wir dann hier drinnen die abkloppen können. Oh, den brauche ich aber hier obendrauf nicht. Ist denn dem eigentlich alles klar oder so? Ja, okay. Das passt. Wenn jetzt hier auf einmal so ein Zombie auftaucht oder so, das muss ja jetzt nicht sein. Na komm hoch. Hallo. Äh, ich hätte gern diesen Stein. Danke. Dann machen wir erst mal das hier weiter. In der Zwischenzeit können wir mal hier was essen. Haben wir noch was da? Oh, gerade mal zwei Marmelonen noch. Ist ja nicht die Welt. Ach so, wir haben hier nochmal angepflanzt. Aber doch mal hier so ein Knochenmehl haben wir da. Vielleicht können wir hier mal noch ein bisschen so mit Knochenmehl handieren. Dass das ein bisschen schneller wächst. Genau, ne? Und dann haben wir vielleicht Glück, dass das hier ein bisschen schneller vonstatten geht. So, jetzt machen wir das Ding mal weiter hier draußen. Dass wir das hier mal ein bisschen fertig bekommen. So. Oh, hab ich eigentlich mal einen Lüfter ausgeschalten? Ne, ich schaue es mich noch an hier. Den mache ich mal aus. Jetzt haben wir den anderen mit drauf. Auf dem Ton. Also ich meine jetzt nicht den Lüfter vom Laptop. Ich meine jetzt den Lüfter vom, äh, ups. Ich habe extra noch einen Lüfter draußen stehen. Weil da ist immer so heiß da, Lappi. Wenn es im Sommer, ich habe immer das Gefühl, da heizt sich tot, ey. Deswegen habe ich hier noch extra so einen kleinen Lüfter dann dort stehen, dass es ein bisschen wenigstens kühl bleibt. Ist hier alles gut hinter mir? Ja. So, ich gehe mal hier drauf. Ich hoffe, dass ich nicht hier runterfalle. Ich könnte mich aber auch ducken. Und dann habe ich vielleicht die Chance, dass ich nicht gleich abstürze. Jawoll, supi. So, und dann als nächstes müssen wir mal gucken, was wir da noch bauen. Also wie gesagt, Minecraft habe ich bemerkt, müssen wir mal öfters machen. Ich weiß nicht wieso, aber die Geheimakte, Dunduska und, äh, Deed Space wird leider nicht so oft angeschaut. Er ist wahrscheinlich gerade nicht so der Renner. Minecraft ist ja irgendwie eher über Mainzer Zeit ein bisschen der Renner oder schon seit Jahren, ne, kann man sagen. Da ist ja nur noch Minecraft im Spiel hier. Ja, da mache ich halt öfter mal ein bisschen Minecraft zwischendurch. Aber ich, äh, mache trotzdem noch diese Folgen zu Ende hier, die Geheimakte und die, äh, ähm, Nassos, Deed Space auch. Und ich habe auch ein neues Projekt angefangen. Das verrate ich jetzt aber nicht. Das sehen wir ja, wenn es mal so weit ist, ne. Also das habe ich auch noch nicht bearbeitet. Aber ich habe es schon mal angefangen. Auch es doch hell geworden, siehste. Und da müssen wir mal schauen, wenn es so weit ist, wie das ankommt. Aber das machen wir auch weiter, weil wir haben ja erst mal damit angefangen. Muss man auch ein Ende abbringen irgendwann, ne. So, jetzt machen wir das mal ein bisschen hinter, dass wir hier mal ein bisschen vorankommen. Oder machen wir irgendwie so einen Zwischenteil. Ja, da können wir schon bis hinter machen, ne. Ja, ist halt schade, dass das halt nicht angeschaut wird. Aber okay. Ich bin ja auch kein großer Let's Player. Von daher ist auch nicht schlimm und ist ja normal, dass die größeren Let's Player halt mehr angeschaut werden als die kleineren. Ist ja logisch, ne. Ist aber auch nicht schlimm. Ich meine, muss ich in Kauf nehmen, würde ich sagen, ne. So. Zack, zack. Wächst eigentlich hinten mal irgendwas von diesen Samen oder so. Melonen oder Baum. Oh, eine Melone. Schnell, eine Melone. Eine Melone. Ich habe doch mal so einen Hunger hier. Schock, 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 zack. Machen wir mal schnell diese Melone klar hier. Endlich mal eine Melone, ey. Da habe ich mich ja schon sehnsüchtig drauf gefreut. Oh, nur drei Stück, ey. Naja, da esse ich jetzt trotzdem, was ich meine. ein Herz zu einer Melone, ey. Es geht gar nicht. Habe ich noch ein paar. Ja, da habe ich auch nicht mehr. Sonst hätte ich hier noch eine Erde, eine Reihe hingebaut. Mh, dieser Baum wächst auch nicht hier verlauter. Schnee wahrscheinlich. Ups, jetzt kann er auch nicht mehr wachsen, der Baum. Na, macht nichts. Oder wenn wir hier noch eine Melone hersetzen? Ich meine, das wird, glaube ich, nicht bewässert, was? Wie ist es nicht? Na gut, dann machen wir weiter dieses Stein gebildet da hinten. Dann habe ich auch meine ganzen Steine aufgebraucht hier, bald. Mit diesen Stein-Zeugs. Na, was soll's? So. Ist nicht so schlimm. So. Zack. Aber ich sage mal so, es ist jetzt nicht schlimm, wenn ich jetzt hier nicht so betrachtet werde. Ich meine, es ist jetzt ja auch mein Hobby, ne? Ich mache das ja jetzt nicht hier, äh, na ja, es ist Zwang. Nee, nicht direkt, aber es ist mein Hobby und ich mache es ja gern, ne? Kann man sagen. Ja, ist halt schade, dass das halt nicht so ganz gut läuft, aber okay. Könnten wir eigentlich hier so ein Cut machen, oder? Sonst wird es ja doch zu viel, ne? Das ist die bis hierher und gut, ne? Genau, und dann können wir ja hier dann von draußen dann die Zornwiesen, obwohl die gehen ja bis durch, ne? Rein theoretisch müssen wir da noch bis durch machen. Dann machen wir es bis durch. Ja, und was soll's sogar jetzt, ne? So, ich bin schon mal ausgekotzt. Nee, war Scherz. Ich wollte es ja mal ansprechen. Habe ich ja jetzt gemacht und gut. Hätt mir natürlich auch mal Tipps geben oder so, Ratschläge. Ich mein, ich schreib's halt auch leider keiner irgendwie. Also, was heißt keiner? Selten, ne? Schreibt mal jemand was in die Kommentare. Ich hab's auch schon mal bei anderen Let's Playern gesehen. Ähm, ja, die fragen dann halt auch, ne? Ist was falsch oder sowas? Aber wenn keiner was schreibt, ja, dann kann man ja nicht wissen, ne, ob das falsch ist. So, warte mal, ich muss aber diesen Stein wegmachen hier. Sonst sieht's doch wie ein Olber aus, ne? Ist jetzt nicht so schlimm. Ich mein, ich nehm es jetzt in Kauf und ju dis. So, warte mal eins, zwei, drei. Oh, da Bäume ist gewachsen, seh ich grad. Vom Weiden. Ist doch schon mal abort. Zack. Also muss ich wieder mal Steine kloppen hier bei Gelegenheit. Zack. Zack, zack. Zack, zack. Ja, das hält halt auf hier, so in der Arbeit, aber muss ja auch sein, ne? Ich mein, ne, das ist aber, ne, Moment, wo bin ich jetzt? Achso, ne, der muss weg hier. Moment, Wälder muss weg. Hä? Ne, jetzt hab ich mich noch ein bisschen. Oh, nein, jetzt hab ich, oh, jetzt hab ich eine ganze Reihe zu viel oder was? Oh, shit, Moment. Eine ganze Reihe nicht zu viel, das muss weg. Ich hab gedacht, ich hab drei Reihen. Ach, hab ich schon drei Reihen? Ach, bescheuert. Ich hab mich ja voll verzählt, Mensch. Aber voll verzählt. Aber voll verzählt. Verzettelt. So. Vielleicht guck ich auch mal irgendwann wieder auf irgendeinen Server, mal gucken. Was mich auch mal interessieren würde, wäre so ein Megaprojekt mit den elektrischen Zeugs, aber ich glaub, da blick ich überhaupt nicht durch. Dann muss ich mal schauen, ne? wie ich Lust hab. Vielleicht gibt's auch irgend sowas für Anfänger oder sowas. Mal schauen. So. Haben wir. Dann machen wir hier dies noch schnell. So. Jetzt wird's dunkel. Jetzt wird's dunkel. Es misch, misch, beil, 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 beil. Zack, zack. Zack, zack. Ah, so, dann hab ich ihn eigentlich aufgenommen. Egal, man macht halt eine halbe Stunde oder so, ist er wurscht jetzt. Oh, ich hab mich verbaut. Ich hab mich verbaut. Oh, ich hab mich verbaut. Zack, ich hab mich verbaut. Also, ich find den Texturenpack, muss ich grad sagen, eigentlich ganz schnuckig, ne? Kann man auch sagen. Schnuckig. Ich find ihn eigentlich gar nicht so schlecht. Kann man nicht mehr gehen, ne? Da kann man nicht mehr gehen, hier. Ich hab ja gedacht, mal was anders, ne? Da ist nicht das einmal das Gleiche da kommt. Da muss man schon mal zwischendurch. Warte mal, zack, zack, zack. Ja, das passt. Okay. Zwischendurch kann man schon mal was anders machen. So, warte mal, ob das nicht gar so blöder aussieht. Da machen wir halt wenigstens das hier rüber. Und das, ja, das lassen wir halt jetzt hier so. Okay, ist halt jetzt ein bisschen olber, aber gut. Wo, wo, wo ist denn meine... Hm, wo kommst du denn her? Das hab ich ja ganz vergessen jetzt, das hier Zobbies kommen. Scheiße, scheiße, scheiße. Also, da hab ich jetzt echt nicht dran gedacht. Da muss ich mich jetzt echt beeilen. Das ist hier... Oh, das ist das Skelett. Ich höre ein Skelett. Was ist denn das Skelett? Oh, von oben. Oh, fuck. Da hab ich jetzt... Oh, das ist natürlich jetzt dumm. Jetzt muss ich aufpassen. Oh, shit, zurück. Oh, nein. Naja, gut, okay. Ich bin, äh... Ja, von oben ist ja nicht auch ganz toll, dass die Fräcker jetzt von... Oh, scheiße. ...von oben kommen, weil nämlich... Oh, shit, da kommen die jetzt in mir rein. Oh, das hab ich jetzt nicht mitbedacht. Fackeln. Oh, scheiße, scheiße. Also, das hab ich jetzt echt nicht mitbedacht, hier, meine tolle Baukonstruktion. Oh, scheiße. Ja, komm, ist jetzt gut hier, Jungs. Gibt mir hier mal meine... Ach, scheiße. Und wieder woanders abgesetzt. Ja, wunderbar, Leute. Ach, das ist so dumm. Und wieder anders. Ach, das ist so dumm. Hm. Und jetzt pass mal. Da hab ich jetzt echt ein bisschen blöd gebaut. Hier hab ich grad... Oh, das sieht sogar aus wie ein Stock. Scheiße, da muss ich schon hier noch in eine... in eine Mauer hinzimmern, Mensch. Oh, was hab ich denn da jetzt gebaut? Von Scheiß auf Deutsch. Oh, Mist. Mist. Das ist ja jetzt in eine Mist-Sache hier. Warte mal, da tue ich das mal jetzt rein. Zack und zack. Moment. Oh, das hab ich jetzt echt nicht bedacht. Ohne Scheiß. dass die jetzt alle hier so zu mir kommen, ne? Muss das jetzt mal hier irgendwie... Muss ich das hier mal so machen? Am besten noch eins hoch. Das hab ich jetzt echt nicht bedacht. Schade. Na ja, ist nicht so schlimm. So, machen wir das jetzt so halt, oder was? Oder wie? Ah, und jetzt ist natürlich dann hier mit dieser Treppe... Moment. Ah, da muss ich noch eins höher machen. Warte mal. Da muss ich noch eins höher machen. So, und dann muss ich dann hier wundern, aber schon ein Stückchen leider. Ah, ist natürlich jetzt so, wie ihm gerade alles zugange, ne? Scheiße, Mensch. Warte mal. Aua. Na, leider hab ich noch da. Und Fei und Bogen. 17 Feiler. Ist auch nicht schlecht. Okay, dann nehm ich mal das noch mit hier. Und dann, äh... Muss man das hier noch ein bisschen umbauen. Ah, das hab ich jetzt echt nicht mitbedacht, gell? Scheiße, Mensch. Mal gucken, ob ich hier irgendwas treffe von diesen Biestern. Upp. Bestimmt zu weit, wa? Ja, viel zu weit. Viel zu weit. Vielleicht kann ich hier ein Kugloch hinbauen. Mal gucken, hier diese Kribe hätte ich gerne mal... da hier unten ist das Zeugs. Guck mal, die kommen aber nicht näher, oder? Ah doch, jetzt kommen sie näher. Jetzt kommen sie. Eine kommt näher. Okay, das ist mir egal. Die Spinne kann ruhig kommen. Aber diese, ähm... Kribe hier unten und so... Ah, ja, komm, jetzt. Ich muss aufpassen, ich hab nicht für viele Pfeile, ne? Ah, jetzt kommt noch das Skelett hier. Zack. Oh, nicht getroffen. Schade, nicht getroffen. Scheiße, scheiße, scheiße. Den hab ich jetzt getroffen. Jawohl. Auch getroffen. Wie? Jetzt ist er runter, der Fräger. Ah, wo sind die Kribe? Ich hätte ganz so Kribe. Da komm jetzt runter und... Na, das ist jetzt Mist. Da muss ich jetzt, ähm... Warte mal. Oh, ich weiß jetzt. Tschü. Hoch wieder, Mensch. Oh, blöde Zer. Ich geh jetzt einfach mal vor. Oh, nein, es sind scheiße Kribe, was auch noch da. Ja, kommt. Zack. Zack. Fuck. Na, Moment, ich mach mal schnell... Okay. Ich mach mal schnell die Zombies weg. Ach, scheiße. Ich will das mal schnell einsammeln hier unten, Mensch. Dann geh ich aber da hoch. Zack, zack, zack. Hier sind meine Steine. Hatte ich die auch nicht irgendwo gehabt? Ach, hier sind sie ja, meine Steine. Super. Na komm, da baue ich das noch schnell hier fertig. Mit den Steinen... Ist mein Bogen auch bald kaputt, Mensch. Schade. Und das muss ich echt anders bauen hier. Also, das hab ich, ähm... Jetzt nicht mit bedacht, dass die auch so schön hier hochklettern, ne? Weil, dass sie sich oben auch sammeln. Hatte ich überhaupt nicht bedacht, Mensch. Die fehlt noch leider. Ah, shit, die leider fehlt hier. Warte mal, da mach ich die leider ab. Hier, Moment. Ah, so eine Scheiße. So in der Säuse, Säuse, Säuse. Boah, die Geräusche, ey, alter. Die ist ja der Hammer. Ähm, wo ist denn meine... Ähm, war die kaputt, oder was? Ich hab doch noch eine. Oder ist die runtergefallen, wa? Oh, die ist wohl, oder evil runtergefallen, wa? Schade. Hm, also muss ich oben mehr ausleuchten und vielleicht noch, ja, noch einen Schutz bauen, halt shit. Warte mal, ich will das mal hier, ähm, ach, hier oben ist ein Leinern. Ich will mal irgendwie hier wieder rauf. Vielleicht oben das liegen lassen, oder was? So. Ne, hier liegt auch nichts rum, meh. Na gut, dann machen wir die Zombies wieder an hier, weil sonst... Schimpft er mich noch, wenn die Zombies ausschalten, du. Ne, hier liegt nichts rum. Okay. Gut, dann müssen wir aber noch unbedingt in ein paar Fackeln hinsetzen hier, sonst haben wir echt immer das Problem... ...dass ich dann hier was ansammeln tutsch, gell? Muss ja, viele Fackeln hab ich gar nicht, ey. Huh. Na, da muss ich echt ja mal hier... ...noch ein paar Fackeln organisieren. Naja, das ist jetzt einfach mal so ein bisschen hier. Ganz hübsch ist es jetzt nicht. Dann machen wir da eben noch ein paar Fackeln hin. Hup. Aber vielleicht in der zweiten Reihe, wa? So. Blub. So, nee. So. Na, Corona. So. Zack. Zack. Na ja, das ist einfach jetzt mal so ein Versuch, ob das funktioniert. Ich meine, das kann man ja auch zur Not wieder abreißen. Ich hab mir jetzt einfach mal so gedacht, dass man das einfach mal so hier... ...dass sie sich sammeln halt. Hier unten und dann hier draußen baue ich jetzt dann noch so eine kleine Brücke hin. Und dann können die sich die von außen irgendwie abschlachten, du, oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf zwei Seiten oder eine Seite. Muss ich mal schauen. Auf alle Fälle... ...muss ich hier mal noch eine Leiter hinbauen. Aber sonst wäre das hier gar nichts. Und irgendwie ist mein... ...meine Spitzhacke abhanden gekommen, wa? Ich hab so das Gefühl. Juhu, boin. Ob ich denn die Spitzhacke... ...ist die kaputt gegangen, oder was? Ach, das kann ja nicht sein, ey. Kann ja wohl nicht sein. So. Jawohl. Zack, zack. Ach so, warte mal. Leider wollte ich noch mal. Puh. Eigenschaft. Hm, 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 zack. Zack, zack und zack. Jawohl. Ich hoffe, dass das dann einigermaßen sicher ist, wenn ich dann hier so rumlummel. Okay, zack und zack und zack. Und das machen wir weg hier. Bis jetzt komme ich immer ganz gut hin mit den Barmelönenchen hier, aber es ist trotzdem, ähm, so, gefährlich. So, hopp. Geh halt hoch. Aua. So, jetzt muss ich halt aufpassen, dass da dann hier oben echt nix ankommt, ey, ne? Spinn, denke ich mal, kommt bestimmt drüber. Also, das, ähm, ist gefährlich hier, ne? Ich baue mal diesen Baum ab hier. Muss man echt schauen hier, wenn wir es machen, wa? So, haben wir jetzt ein Setzling rausbekommen? Da ist ja schon einer, jawohl. Da ist ja schon einer. Da kann ich mal hinsetzen hier. So. Die machen wir runter hier. Nicht, dass dann wieder meine Samen verschwinden da unten. Oh, jetzt haben wir doch eine längere Folge, wa? Na, ist egal. So, hier ist noch ein Setzling. So, hier haben wir noch ein paar. Haben wir noch. So, dann tue ich das mal hier reinhauen, was wir jetzt nicht brauchen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und dann tun wir einfach mal, ähm, Moment, hier draußen, das wollte ich machen, ne? Hier diesen, ja, weiß ich jetzt nicht. Ich lasse vielleicht wegen Luft lassen, oder wie? Oder mache ich jetzt hier schon einen Weg her? Aber so, dass die halt nicht zu mir kommen, die Fräger, gell? Ja, schon fatal. Ach so, was nicht Licht wäre. Na, das ist jetzt blöd. Muss man schon so machen, weil es dann stürzt sich ja ab, hier. Vielleicht noch eine Fackel oder so. Oh, hier, da ist noch ein Setzling. Ah, Fackeln haben wir nicht mehr viele hier. Fackeln sind bald aus. Ach, so wie Stein drauf. Moment. Die lassen wir hier. Okay, dann machen wir hier Fackeln mal draus. Gut, dann tun wir hier ein bisschen. Oh, wir müssen einen Zaun hinbauen vielleicht noch, ne? Hier so. Da hätte ich auch noch eine Idee, ne? So ein Zäunchen hinzubauen. Dass es nicht gar so schutzlos ausgeliefert ist hier. Machen wir das so breit, wa? Und dann können wir hier drinnen hauen halt. Aber gut, die Spinnen kommen halt auch raus. Aber okay, das sind ja nicht nur Spinnen da drinnen, ne? Das sind ja auch mal andere Tiere. Aber da können wir vielleicht, dass es nicht so ganz schwer wird, vielleicht hier alle zwei Teile in einen Stein reinsetzen. Das wäre auch eine Idee, ne? Und hier ist eine Melone. Die lassen wir aber jetzt mal. Ich tue mal noch in den Zaun. Wie sieht es denn hier aus mit meinem Fackelwerk? Okay, Suppi. Dann mache ich jetzt noch schnell eine Fackel draus hier. Acht Stück ist in Ordnung, das erste Mal. Und dann hätte ich gern noch so ein Zäunchen. Jawohl, zwei. Oh, da brauche ich aber schon noch ein paar Bäume hier, Leute. Und vielleicht noch so ein Dor. Warte mal, ein Dor war, äh, Moment. Dor war, glaube ich, so, ne? Genau, so. So, und dann müssen wir halt mal schauen. Halt. Holz haben wir noch da. Ach, hier ist auch noch ein bisschen was. Okay. Dann können wir, ähm, können wir das jetzt mal hier so hinbauen. Warte mal, da gehe ich jetzt hier so rein. Oder hier vielleicht. Eher hier vielleicht. Hier. Na, sieht doch blöd aus, oder? Na ja, obwohl, das geht schon. Geht schon. Dass man hier so rein geht, genau. Hier ist ja noch Fackel. Und dann bauen wir hier so die Fackeln. Hier so ein bisschen, ähm, dann hier auf das Holz halt drauf, ne? Würde ich sagen. So, und dann. Genau. So, haltet nicht mal. Und dass man nicht mehr runterfällt, machen wir dann noch ein Zäunchen drumherum. Genau. So machen wir das. So, dann hoffen wir, dass hier nichts passiert. Und das machen wir drüben genauso. Das Wiebreit. Warte mal. Zwei, drei. Drei mal breit. Machen wir das hier auch noch schnell. Jetzt ist es ein Bar. Und dann passt das. Also da brauchen wir jedenfalls viel Holz. Ja, und ja, viel Holz halt. Fackeln. Holz. Von allem was, ne? Ach, ich habe nichts zu trinken hier. Blüht jetzt. Na, egal. So, so wieder. Lassen wir das erst mal hier so. Dann mache ich hier noch schnell so ein Door hin. Da hätte ich gern noch schnell mal hier so ein Door. Jawohl. So, machen wir noch mal schnell. Zack. Und dann machen wir hier noch schnell. Ähm. Ähm. Jetzt ist es alle. Warte mal, hier haben wir noch ein bisschen was. Dann machen wir die noch gar. So. So. Zack. Oh, da. Naja, kriegt man nichts. Doch, einmal kriegt man noch raus. Ah, nee, leider. Nichts, nichts mehr. Kriegt man nichts mehr raus. Komm her, komm her. So, dann machen wir das hier auch so. Zack, und dann hoffen wir mal, dass wir da dann etwas Ruhe haben von diesen Zombies hier. Hoffen wir es mal, müssen wir halt echt mal abwarten, das nächste Mal, wie sich das hier entwickelt. Das war ja schon cool. So, genau, dann machen wir hier noch schnell ein bisschen Stein her, äh, ich meine Zaun, kein Stein. Und dann machen wir halt alle Barmähler hier so ein bisschen in der Fackel her. Genau, und hier machen wir dann vielleicht, dass nicht Gas, wenn eine Spinne durchkommt, alle zwei hier so in eins rein. So machen wir das. Genau, das kann man vielleicht noch schnell machen, bevor wir hier diese Folge beenden. Ach, Mensch. Geht's. So, es wird aber schon dunkel, ne? Muss ich aufpassen hier. Zack, jawohl, und dann bin ich einigermaßen hier geschützt. einigermaßen natürlich. So, da können wir ja ein paar mit Fackeln lassen und ein paar mit, ähm, ja, wisst ihr schon. Oh, da haben wir noch viel von uns, viel von uns. Na, was soll der Geiz? Zack. Zack. Da passt jedenfalls keine Spinne durch. Und ja, man hat jetzt ein bisschen einen kleinen Schutz vielleicht, ne? Und oben müssen wir halt mal gucken, ob wir da jetzt die Ruhe haben. oder ob wir jetzt wirklich hier, ähm, permanent angegriffen werden, gell? Müssen wir echt ja mal schauen hier. So, jetzt schnell zurück hier, ehe mir die Steine ausgehen. Nein, die Steine gehen so oder so aus, aber es gar dunkel wird. Und dann werde ich nämlich diese Folge erst mal beenden. Und ja, ich, äh, mache halt öfter mal wegen Minecraft, wie ich es versprochen habe. Na, versuche mein Glück. Jo, und dann wünsche ich euch schon mal noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns auf alle Fälle wieder. Jetzt habe ich mich noch verbaut, oder? Nee. Wenn es heißt, Skyblock. Ich will noch diese Fackel hier oben, diese Fackel, mich noch an. Zack. Jawohl. Hoppala. Hopp und wieder rauf. Und ich denke, da haben wir doch schon ein kleines bisschen Wow. Ähm, ja, sieht eigentlich ganz gut. Das ist wie so eine Festung hier, ne? Und ich werde halt bei der Gelegenheit wieder mal ein bisschen Stein kloppen. Jut, und dann tschü, bis dahin, ne? Ja.